Eine Geschichte auf dem Felsen. Schloss Belenkeschlik. Es wurde vermutet, dass die mittelalterliche Burg in byzantinischer Zeit erbaut wurde. Rund um das zweistöckige Gebäude mit Kucklöchern im Obergeschoss sind die Überreste von Felsgräbern sichtbar. Das Schloss, das sich innerhalb der Grenzen des Soujak-Plateaus befindet, kann mithilfe einer Holzleiter betreten werden. Ein wertvolles Mitglied des Stiergebirges, berühmt für seine historischen Schlösser Belenkeschlik. Untertitelung des ZDF, 2020